Hallo ihr fantastische Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda Pickups. Ja und in dieser Folge ist vielleicht nicht in der Masse so viel da, aber ich sag mal in der Klasse. Es sind einige etwas teurere Sachen dabei und vieles, wo ich so lange dran überlegt habe und mich auch einfach mal etwas getraut habe. Kleiner Tipp, das Video vom letzten Sonntag, das war so eine Sache, aber wie es genau dazu gekommen ist, erzähle ich euch gleich, wenn ich euch die Pickups dazu quasi zeige oder wie man es auch sagen will. Es kommt natürlich nicht immer darauf an, wie viel Kohle man jetzt für seine Sammlung rausgekloppt hat, sondern ich finde, es kommt immer darauf an, dass man schöne Sachen für sich gekauft hat, auf die man wirklich Bock hat. Immer so Masse, Masse, Masse kaufen, egal mal Preis und sonst was, das ist irgendwie nicht so meins mehr. Also am Anfang der meiner Rekorsammelei habe ich wirklich immer so sehr, sehr viel Masse gekauft, wenn ich bedenke, was ich an Börsen immer für volle Taschen rausgeschleppt habe. Deswegen will ich jetzt auch momentan auch so hier und da mal so ein bisschen meine Sammlung umschichten. Ich verkaufe so ein paar Spiele, kaufe mir dafür wirklich mal Sachen, auf die ich wirklich so Bock habe. Aber ich würde sagen, genug zur Panda-Sammelphilosophie oder wie man es nennen will. Fangen wir mit den Pickups an und ich nehme diese Folge etwas im Voraus auf. Deswegen weiß ich nicht, ob das schon gelaufen ist. Aber ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, im Zweifel müsste es im Sendeplan jetzt der Mittwoch vor diesem Video sein. Und zwar Wario Land für den Virtual Boy. Wunderbares Spiel. Es zählt eigentlich zu dem besten Virtual Boy Spiel überhaupt. Ich habe es mir jetzt aus Japan geholt als Old New Stock. Das heißt, es war noch brandneu. Das habe ich auch gemerkt. Deswegen habe ich es auch gleich hier in so eine schöne Case reingepackt. Und ich war wirklich scharf auf das Spiel, weil dieses Spiel wird immer und immer wieder gelobt. Und da ich jetzt unter diese Virtual Boy-Sammler, sage ich mal, gegangen bin und es da eigentlich relativ noch relativ leicht an gute OVP-Spiele in sehr, sehr gutem Zustand heranzukommen ist, dachte ich mir, hey, das gönnste dir mal, weil das ja wirklich dieser Vorzeigetitel ist. Und ich weiß nicht, ob ihr den Test schon gesehen habt. Wenn nicht, holt das bitte nach. Es ist wirklich ein Hammerspiel. Also mit den Wario Land-Spielen auf den Gameboy, auf den klassischen. Da bin ich ehrlich gesagt nie so wirklich warm geworden. Ich hatte die damals nicht gespielt und habe jetzt eine Retrospektive. Haha, ich habe da so einen kleinen Sprachfehler. Ich sage gerne mal Retro-Perspektive, obwohl es natürlich Retrospektive heißt. Ich achte da auf mich. Ich wurde da ja aufmerksam drauf gemacht an dieser Stelle. Vielen Dank. Ihr kennt es vielleicht selber. Wenn ein falsches Wort irgendwie so eingespeichert ist, das braucht so eine Zeit, bis man das korrigiert hat. Auf jeden Fall, ich schweife mal wieder ab. Ihr kennt es mich. Ich schweife immer gerne mal ab. Auf jeden Fall habe ich das gespielt, getestet. Ich bin, wie gesagt, bei den Wario Land-Spielen auf den Gameboy nie so warm geworden, weil ich auch damals die nicht so gehabt habe. Und im Vergleich zu Super Mario Land 1 und 2, der steuert sich halt sehr schwerfällig. War nie so meins. Aber jetzt auf den Virtual Boy. Also ist ohne Witz. Auch wenn ihr keinen Virtual Boy habt. Das Spiel hat den großen Vorteil. Es hat zwar diesen 3D-Effekt, aber es ist eher so Makulatur. Man muss ihn nicht haben. Also es gibt so manche Virtual Boy-Spiele wie zum Beispiel V-Force, das ist ein Shooter-Map, wo ihr wirklich auf zwei Ebenen spielt. Da erleichtert es enorm, wenn ihr das wirklich auf der originalen Hardware spielt. Aber das Ding, das könnt ihr auch bequem auf einem Emulator spielen. Und es macht einfach wirklich Spaß. Also es ist ein wirklich richtig geiles Wario Land Titel. Die Level sind nicht ganz so gradlinig aufgebaut. Ihr müsst so ein bisschen rumgucken und ein bisschen suchen, dass das hier was findet. Weil ihr braucht immer so einen Schlüssel, um den Ausgang quasi zu öffnen. Wunderbare Spiele. Holt es nach, wenn ihr das auf jeden Fall auf einem Emulator spielen wollt. Es lohnt sich wirklich. Es gibt auch Emulatoren. Du musst einfach mal ein bisschen googeln, die das nicht so ganz mit diesem grellen Rohton machen. Ihr seht es ja auch in meinem Virtual Boy Test. Das ist so ein bisschen runtergedampft, dass man nicht so kompletten Augenkrebs kriegt irgendwie. Spielt es. Ich bin sehr froh, dass ich das in quasi geleckten Neuzustand bekommen habe. War natürlich jetzt fairerweise auch nicht ganz billig. Aber glücklicherweise, ich habe mir den Zoll gespart. Ihr kennt es ja ab und zu mal, wenn die ausländischen Verkäufer denn einen anderen Wert auf der Deklaration aufschreiben und mitdenken, als es eigentlich ist. Deswegen nicht verkehrt, bin ich wirklich sehr froh darüber, dass das in meiner Sammlung ist auf jeden Fall. Aber genug Virtual Boy, das wird es für viele von euch nicht so interessieren. Ich habe natürlich auch ein paar Gameboy Spiele mir gegönnt. Und zwar fangen wir mal an mit Bustemove 3DX. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Auch darüber habe ich auch schon ein Testvideo gemacht an dieser Stelle. Es ist im Prinzip dieses Bustemove Spielprinzip. Das ist ganz einfach. Ihr kennt es wahrscheinlich von tausenden Handyspielen. Das wird immer und immer mal wieder aufgelegt und es gibt glaube ich tausend verschiedene Varianten. Ihr habt in der Mitte quasi einen Katapult mit verschiedenen Farben in Kugeln und oben habt ihr ein Spielfeld, wo ganz viele andere Kugeln in der selben Farbe sind. Ihr seid alle erfahrene Spieler. Ich muss euch wirklich nicht erklären, wie das Spielprinzip geht. Ihr müsst anpeilen mit der Kugel und zack. Drei Kugeln kombinieren. Mindestens dann verschwinden. Die kennt ihr. Macht Spaß. Dieses Spielprinzip ist nicht umsonst so oft geklont worden. Auf dem Gameboy funktioniert es auch erschreckend gut, sage ich mal. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil es sind ja immer diese verschiedenen farbenen Kugeln. Aber mit den Kugeln, Gameboy, naja, Schwarz-Weiß-Display. Ob das so gut geht? Aber die haben zum Glück mit den Schattierungen eigentlich ganz gut gespielt, dass man es auch ganz gut auseinanderhalten kann. Ich habe einen Test gemacht, deswegen werde ich das Spiel nicht so überüberborn vorstellen. Ist für Puzzle-Freunde ganz gut, aber ja kein Must-Have. Aber eigentlich geschichtlich, weil dieses Spielprinzip ja immer noch lebendig ist. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Es gibt auch einen Vorgänger. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was da jetzt groß unterschiedlich groß anders ist zu dem Titel. Ja, braucht man aber auch glaube nicht. Dann habe ich mir noch ein sehr schönes Spiel geholt, wo ich schon lange lange dran gesucht habe. Ist auch nicht eins da ganz, ganz billig. Ist kein überteures, aber man kriegt sie gar nicht gerade hinterher geworfen. Und zwar Ghostbusters 2. Ich habe schon oft von euch und viel von vielen gehört, das Spiel ist wunderbar, ist hammergeil. Spiel da auf jeden Fall mal rein. Jetzt habe ich es endlich mal für meine Sammlung mir besorgen können. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also an das hier wirklich immer so ein bisschen vor. Versuche ich, weil wenn ich mal immer die Muße habe und Bock drauf habe, dann produziere ich lieber mal ein Video zu viel, dass ich so meine Motivation ausnutze, um später was auf der Bank zu haben, falls ich mal denn keine Lust habe, dass ich mal auch mal eine Woche nichts machen kann. Und den Test habe ich jetzt schon vorbereitet. Ich habe schon das Skript geschrieben. Ich habe die Videospielaufnahmen schon abgedreht. Muss jetzt nur noch irgendwie alles zusammenschneiden, einsprechen und so weiter, was alles noch dazu gehört. Das Nervige sage ich mal. Und es ist wirklich wunderbar. Bei Ghostbusters, ich war damals ein riesiger Ghostbuster-Fan. Ich wollte mich sogar zu Karneval, beziehungsweise zu Fasching. Ich komme ja eigentlich aus dem Norden. Da heißt das Fasching. In der Grundschule mal als Egan verklangen, weil ich die so geil fand mit seiner tolle. Also Egan war immer dieser Wissenschaftler. Das war immer so mein Lieblingscharakter irgendwie. Und Ghostbusters war halt wirklich der große Scheiß. Ich hatte da Spielzeug. Ich hatte da so ein VW Beetle, so einen gelben, wo man auf den Knopf gedrückt hatte. Und dann kam da so ein Heuschreckengeist raus irgendwie ganz wild. Also mein Bruder und ich waren da wirklich so harte Ghostbusters-Fan. Und dieses Spiel hätte ich damals wirklich geliebt. Von Spielprinzip her. Es kommt von HAL. Die sind ja für Qualität bekannt durchaus. Und sie haben sich jetzt nicht dafür entschieden, jetzt irgendeine Minispielsammlung zu machen oder irgendeinen Plattformer. Nein. Ihr spielt quasi zwei Ghostbusters auf einmal. Also es ist Top-Down-Ansicht. Ihr spielt einen Ghostbuster und der zweite wird vom Computer so ein bisschen hinter euch her gesteuert. Und dadurch lauft ihr quasi halt durch, ich sage mal, Labyrinthe, also durch die Level und fangt halt die Geister ein. Das ist so, dass das bei einem Knopf, der der erste Ghostbusters mit diesem Protonstahl immer die Geister fesselt. Und der andere auf Knopfdruck, der wirft die Geisterfalle wie im Film quasi, um ihn einzufangen. Hat natürlich so ein bisschen Probleme. Ihr könnt euch ein bisschen vorstellen. 1990 erschienen das Spiel. Auch da habe ich verschiedene Angaben im Internet gefunden. Manche schreiben 89 für PAL. Aber das verstehe ich nicht, weil 89 erschien der Gameboy hier ja noch gar nicht. Deswegen war ich da etwas verwirrt, weil es da wirklich teilweise widersprüchliche Angaben gibt, aber abschweifen und so. Aber ihr könnt euch vorstellen, da war es natürlich jetzt mit dieser Wegfindung des zweiten Charakters immer nicht so ganz leicht. Da bleibt schon mal so ein bisschen an Wänden stecken und so weiter. Wenn ihr aber so ein Gefühl dafür kriegt, könnt ihr das eigentlich ganz gut lösen, indem ihr euch auch anders positioniert und der dann quasi so nachrutscht, sage ich mal. Hier und da ein bisschen nervig, aber schaffbar. Wie weit, das ist ein sehr, sehr geiler Titel. Kann ich euch wirklich nur Werbsitz ans Herz legen. Nicht nur, wenn ihr damals auch wirklich Ghostbusters-Fan wart. Zum nächsten Spiel. Das habe ich jetzt noch nicht großartig gespielt und zwar Speedball 2 für den Gameboy. Speedball, ich weiß, das hatte damals so ein Kumpel auf den Amiga. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es von den Bitmap Brothers. Aber steine ich mich jetzt nicht, wenn ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf habe. Und ja, das ist quasi so eine Art Fantasy oder Science Fiction Ballsport. So ein bisschen Handball mit Gegner umhauen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So ganz, ganz grob. Und ich habe mich irgendwie daran erinnert, dass ich das bei meinem Kumpel damals auf den Amiga hoch und runter gespielt habe. Ich meine, es gab auch eine PC-Version, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Und als ich darüber gestolpert bin, dass es das auch für den Gameboy gibt, dachte ich, ach ja, so aus Nostalgiegründen brauchst du das mal. Ich befürchte allerdings, dass das jetzt nicht so übergeil umgesetzt wurde. Aber ich muss mal gucken, früher oder später kommt auf jeden Fall auch ein Test für oder vielleicht eine Quetzig-Folge. Ich hoffe, es wird ein Test, also zur groben Orientierung. Ich mache eine Test-Folge für ein Spiel, was zumindest so mittelmäßig gut ist. Für den Rest mache ich dann meistens eine Quetzig-Folge, weil ich dann keinen Bock habe, da ein langes Skript zu schreiben. Dann setze ich mich lieber hin und fluche ein bisschen über das Spiel und gut ist. Ich befürchte, dass das nicht so über-über gut ist. Aber Fingers crossed, ich hoffe mal das Beste. Das habe ich mir geholt. Und ja, Nostalgiegründe, ich weiß nicht, ob es gut ist. Und dann bin ich über ein Spiel gestolpert, was ich vom Namen her etwas interessant fand. Ich habe darüber noch nie was gehört und zwar Max. Das Cover, ihr seht, ist auch relativ nichtssagend. Ich habe jetzt auch da noch nicht so übermäßig reingespielt. Ich sehe nur hier für die Videoaufnahmen kurz mal eine Minute, dass ich hier so ein bisschen Gameplay einblenden kann. Es macht aber einen verdammt guten Eindruck. Ich schätze auch mal so von der Aufmachung des Covers her und so weiter, es wird eines der eher späteren Gameboy Titel sein. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Eindruck. Also ihr spielt irgendwie so eine Art Mech. Also diesen Mech spielt der nehme ich mal an und ihr könnt dann durch die Level navigieren. Das ist ein normaler Plattformer. Aber es ist ganz cool, weil bei der Mech kann die Arme rausfahren und sich in so einer Plattform hochziehen und so weiter. Und halt greifen und damit so ein bisschen durchnavigieren. Macht einen sehr interessanten Eindruck. Ich freue mich da auf jeden Fall mal so ein bisschen tiefer einzusteigen auf jeden Fall. Auch da wird es früher oder später auf jeden Fall einen Test zu geben. Hat auf jeden Fall für mich einen sehr, sehr positiven Eindruck gemacht und könnte vielleicht ein Geheimtipp sein. Also wenn das das Level so weit hoch hält, also das Qualitätslevel, dann bin ich da zuversichtlich einen echt guten Titel irgendwie zufälligerweise erwischt zu haben, nur weil mich der Name irgendwie interessiert hat. Weil irgendwie, sagen wir mal ehrlich, Mechs, das kann alles oder nichts sein. Das kann irgendwie, kann ziemlich geil sein, gerade weil es so simpel ist. Oder kann auch ziemlich scheiße sein, so nach dem Motto, die Entwickler haben sich keine Mühe gegeben, um da irgendwie einen vernünftigen Namen sich irgendwie auszudenken. Ich bin mal gespannt, wenn ich da mal tiefer einsteige. Und jetzt kommen wir vielleicht zu den Highlights meiner Pickups. Und zwar habe ich mir mal was gegönnt. Und zwar, ich habe mir endlich mal eine Gameboy-OVP gegönnt. Wunderbarer Zustand. Ich habe die natürlich hier auch schon mir in so eine schöne Plastik-Case reingemacht. Wunderbarer Zustand. Und zwar wollte ich so eine Gameboy-OVP, also es ist auch komplett, also Anleitungen sind dabei, Tetris ist dabei. Das einzige, was fehlt, ist die original Gameboy-Kopfhörer. Diese mit dem blauen und roten Kopfhörer. Aber die besorge ich mir. Irgendwann besorge ich mir die auch mal. Keine Ahnung, wie schwer oder nicht schwer das ist. Ich gucke einfach mal. Und ich habe da wirklich lange nachgesucht. Und ich bin da über eine Auktion gestolpert bei Ebay. Mal so aus Langeweile. Und ich habe gesagt, okay, super OVP, super Zustand. Gameboy sieht super aus. Steiger es dann mal mit. Also ganz wenig sind Dinger nicht, wenn die OVP vernünftig sein soll. Und das endete irgendwie bei 310 Euro. Und dann dachte ich mir, Halleluja. 300 Euro? Das bist du aber nicht bereit auszugeben. Spoiler, also das ist es nicht. Dann habe ich aber ein anderes Angebot gefunden. Wo ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt habe, Jo, das passt. Hier, wie gesagt, die Verpackung, die sieht echt wunderbar aus. Darauf kam es mir eigentlich an. Nur halt der Nachteil ist der Gameboy, der dabei ist. Der hatte schon seine besten Tage hinter sich. Es war jetzt nicht komplett durchgenudelt. Aber war ziemlich vergilbt. Und so richtig geil sah da halt nicht mehr aus. Da dachte ich mir, okay, dir kommt es ja eh auf die OVP primär an. Also kaufst du dir das. Und dann dachte ich mir, okay, hm, du wolltest schon mal so ein Projekt machen. Ich habe mal so zufälligerweise letztens gesehen, hier so ein Display Umbau und so ein Custom Gameboy Case. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass das Leute sich mal so ein Gameboy Case bedruckt haben lassen. Da dachte ich mir, okay, dann kannst du ja eigentlich daraus wirklich mal ein Projekt machen und diesen eher angegammelten Gameboy nehmen und da mal so richtig geil machen. Da habe ich mir hin und her überlegt, Videos geguckt. Das Problem ist nämlich, ich traue mich so, was Elektronik angeht, bin ich voll der Schisser. Das ist so überhaupt nicht meins. Ich kann nicht löten, habe ich noch nie gemacht. Da habe ich so grundsätzlich ja Angst, da irgendwas falsch zu machen. Da dachte ich, habe ich aber gesehen, dieser IPS3-Kit, das ist ein super Display. scheint aber ohne zu löten durchaus schaffbar zu sein, auch so für Noobs wie mich. Aber okay, wo kriegst du das alles her? Dann habe ich in Deutschland ein bisschen geguckt, ein bisschen gegoogelt. Wo kann man sowas nicht bedrucken lassen und so weiter? Ich habe da nichts gefunden, bin auf Twitter gefragt und der Schmidt von der Schmidt's Gamebox, an dieser Stelle fehlen die Grüße eigentlich für den Tipp, habe mir einen Laden aus England genannt. Retro6. Und da habe ich gesehen, alles klar. Wir haben gleich auf der Shop-Seite, kann man eine Photoshop-Vorlage runterladen und das sich gestalten und die drucken einen das. Und dann kann man auch hier das Kit gleich bestellen und Schraubenzieher dazu passen und so weiter. Und was soll ich sagen, hier steht es, das ist denn draus geworden. Ihr habt es vielleicht, ich konnte es nicht erwarten, ich wollte eigentlich die Pickups als erstes Video machen und dann das Umbau-Video. Ihr habt es vielleicht letzten Sonntag gesehen, diesen Umbau. Hammer. Also ich bin wirklich begeistert und sehe das Video wirklich so ein bisschen so als, falls ihr auch mal so ein bisschen Respekt habt vor diesen ganzen Geschichten, vor diesen Umbau-Sachen. Ich habe auch Respekt. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil man kauft sich da irgendwie was für 100 Euro, also das Umbau-Kit plus die Case. Das werden wir ja nicht verkacken, das soll ja auch möglichst laufen. Und ja, was soll ich sagen. Ich habe mich herangetraut und es geschafft. Und ich bin so begeistert, dass ich jetzt diese super OVP habe. Plus so mein lang geträumtes Projekt, dass ich mal einen umgebauten Gameboy habe mit einem super Display und noch in meinem eigenen Design. Hammer. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wirklich. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch ein bisschen Selbstbewusstsein gebracht, sage ich mal. Mal so ein bisschen in so ein Gameboy rumgebastelt zu haben. Das ist schon nicht verkehrt. Das ist schon ein geiles Gefühl. Und das Ergebnis, das spricht für sich. Also das Case ist super bedruckt worden und geht preislich auch. Also das ganze Case mit Scheibe und Bedruckung hat irgendwie nur 25 Euro plus Versand gekostet. Geht, würde ich sagen. Oder? Wenn man ja schon alleine sieht, auf Ebay irgendwelche Replacement Cases oder irgendwie sowas. Die kosten auch schon so, ich glaube so 10 bis 15 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Je nachdem. Und das, wenn wir auch dann bedruckt haben. Hammer. Super Qualität. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Laden. Kann da nicht meckern. Und wir haben auch diesen Umbau ziemlich erleichtert, dass wir da schon, wenn was zu löten ist, das schon vorbereitet haben. Dass man das wirklich nur noch zusammenstecken musste und gut ist. Deswegen, ah, bin ich so geflasht. Finde ich so geil, dass ich jetzt, wenn ich den Gameboy OVP habe, und halt den wirklich richtig geil gemoddeten Gameboy. Und das meine ich, das war alles natürlich jetzt nicht gerne billig. Aber dieser Display, dieser IPS3-Screen ist wunderbar. Aber auch das werde ich jetzt auch an dieser Stelle nicht vertiefen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Video von letzten Sonntag an. Und ich würde sagen, ja, das waren auch meine Pickups. Wie gesagt, es ist von der Masse her nicht viel, aber dafür von der Qualität. Und ich bin sehr glücklich, auch so einige Projekte realisieren zu können oder gehabt zu haben, tun, machen. Ich sollte das nicht mehr so spät aufnehmen, wenn ich irgendwie durchgelabert bin. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch, dass ich diese Projekte realisieren konnte. Und vielleicht habe ich euch ja auch so ein bisschen inspirieren können, was gezeigt. Und das würde mich wirklich sehr freuen, wenn einer jetzt von euch jetzt draußen sitzt. Boah, habe ich mich bisher auch nicht getraut. Das mache ich jetzt einfach mal. Super Einstellung. Machen. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vor habt, meine Lieben. Macht's gut. Tschöö.